Und herzlich willkommen zurück, euer GP-Crisis mit am Start, ihr verrückten Vögel. Mir ist lange her und YouTube hat gesagt, ich muss Videos machen, weil sonst kriege ich meine YouTube-Partnerschaft wieder erkannt. Böses YouTube. Aber okay. Das heißt jetzt nicht, wenn sie mir das aberkannen, dass ich es neu beantragen könnte, aber das wäre so viel Arbeit. Und ich müsste schon wieder irgendwas in NZ ausfüllen. Äh, nö. Hab keine Lust. Dann machen wir mal ein paar Videos. So, nun denn. Äh, es kommen demnächst also ein paar Werbenvideos auf GP-Crazy. Und vielleicht ein bisschen viel mehr Videos. Na gut. Ist ja egal. Wir sind wieder am Start. Äh, die anderen, die mich vermisst haben, ich bin auf Rubelkaiser. Ungefähr einmal in der Woche unterwegs. GP-Crazy könnte es sogar jetzt sein, dass wir öfters unterwegs sind. Ja. Also, ja, YouTube zwingt mich. Also, warum soll man das nicht sagen? Wir haben hier ein Unboxing. Wir sehen's. Wir haben, ich hab schon runtergefetzt. Hab gar nicht gewusst, was drin ist. Hab's dann gleich wieder zugemacht, weil ich gesehen hab, ah, das können wir ja aufmachen. Ja. Und das kommt nämlich, äh, von, ähm, Hardbuddies. Man sieht's hier. Shazza, Steinbrick und blablabla. GmbH, blablabla. Genau. Und wir haben hier einen Haufen Zeugs drin. Erstmal einen Haufen Pappe. Pokémon Go. Man sieht's. Da sind ein paar Sachen drin. Aber, da ist ja nicht nur Pokémon Go drin. Äh, wir schieben das ein bisschen auf Zeit, eh. Holen uns die Pappe raus. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da ist nix drin. Da haben wir Pokémon Go Karten. Also, für alle Pokémon Go Spieler. Da sind, glaub ich, Codes. Das sind auch Codes. Und, äh, das sind auch Codes. Also, ich, ich denke mal, so ein komischer Virus wischen. Da spielt ja noch Pokémon Go. Da, gönn dir. Ich weiß nicht, was es ist, aber gönn dir. Da, haben wir auch noch mal ein bisschen was. Da, ein Haufen Codes. Und, holt euch sie, solange sie noch, äh, verfügbar sind. Und auch noch gültig sind. Ich mein, ihr habt gute Chancen. Ich mach nicht so viele Videos in letzter Zeit mehr hier. So, und hier haben wir unsere Rechnung. Da ist aber nicht nur das. Wir haben noch das hier. So. Die Rechnung interessiert uns jetzt gerade gar nicht. Aber. Das Ding hier schon. Und zwar ist das eine wunderschöne Playmate. Also, nicht die Playmate aus, äh, Playboy. Sondern eine Spielmatte. Und man sieht, sie ist schon kleiner aus meine. Oder? Ja, die ist ein bisschen kleiner aus meine Matte. Aber. Es ist ein wunderschönes Evola drin. Aus dem Pokémon-Go-Set Evoli, wo Radiant Evoli aus Promo drin ist. Sie ist ein bisschen kleiner. Aus meine Matte. Ich glaub sie fast gar nicht. Ich dachte, meine Matte wäre groß, aber. Also, klein. Also, nein, weiß ich nicht. Eigentlich original groß. Aber. Meine ist ein Stückchen breiter. Als die hier. Aber die ist schön. Aber nur ein bisschen. Ich glaub, bei mir ist es ungefähr ein Zentimeter mehr Matte. Aber nicht die Länge lag, sondern die Höhe. Naja. Ist dir egal. Wir haben jetzt also eine schöne Matte. Ja, guckt euch das Evoli an. Ist das nicht schön? Oh. Und natürlich haben wir noch eine verborgene Box mit Sachen drin. Da war nicht nur die Playmat drin. Es war ja eigentlich eine Box auch drin. Die Box kam natürlich nicht mit, sondern nur die ETP aus Transportmitteln. Ja, wenn die unbedingt die Pappe brauchen und Plastik. Kein Problem. Obwohl, die haben mir so viel Pappe neu geschickt. Ich weiß nicht. Da kannst du dir ein Lagerfeuer damit machen. Pappe, Pappe, Pappe. So. Wir haben natürlich hier einen Haufen Karten, die wir gezogen haben. Da haben wir einen Haufen Bullkarten mit Code-Karten. Die lassen wir jetzt drin. Dann haben wir aber noch ein paar andere Sachen. Nehme ich. Es gab ja diese Evoli-Box. Ach, Mann, die Verpackungen. Hahahaha, Card Buddies, was tut die mir an, ey? Das musst du ja auspacken, ey. So. Und zwar haben wir hier, wie die Leute es gerne wissen wollen, eine wunderschöne Evoli-Pin. Schaut cool aus, ne? Wir haben natürlich die Booster-Karten. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Braucht die gar nicht sagen. Da haben wir unsere Würfel und von der ETP sowieso. Da haben wir noch den Vista-Marker aus der Box, glaube ich. Da haben wir noch ein paar. Das Twitter-Ferster und ETP sind die Schadens-Marker und die Brand-Marker und Vergiftungs-Marker. So. Hier haben wir unsere Promo. Man sieht, es war ein englisches, äh, ne englische Box. Aber ist ja egal. Wir haben die Mewtwo-Promo ins, bisschen Off-Center. Left-to-Right. Upside-Down geht eigentlich, also Up und Down. Ähm. Aber Left-to-Right. Rechts ist ein bisschen mehr aus wie Links. Naja. Wie sage ich dazu? Ist halt so. Da haben wir halt noch einen Haufen Dings drin. Und vor allem das Ding. Einen Haufen Sleeves vom YouTube. Ach ja. Falls ihr unbedingt ein paar Sachen davon kaufen wollt. Ich werde sicher nicht alles behalten. Ich habe hier einen Card-Marker-Job. Den könnt ihr oben irgendwo abchecken. Ich schätze mal da oben. Irgendwo auf meiner Kanal-Info. Beim Banner oben. Da müsste irgendwas verlinkt sein. Da könnt ihr draufklicken, wenn ihr wollt. Vielleicht ist auch dieses Mewtwo drin. Wer weiß. Nun denn. Wir haben ja noch Code-Karten und etc. Der Rest ist eigentlich nur Bulk. Der interessiert uns gerade nicht. Außer im Bulk ist irgendwas Besonderes. Aber ich weiß nicht. Mal gucken. Wir können auch die ETB kurz angucken. Da sind ja ein Haufen Bulk-Karten drin. Ja. Wunderschöne ETB von Pokémon Go. Das ist ja nagelneuer das Set. Ist ja ein Special-Set quasi. Deswegen auch diese wunderschöne Evoli-Matte. in der Evoli Radiant Collection. Nun denn. Wir haben weiter Sachen. Das, dies, das, jenes. Oh, die Bin. Die Bin ist gut. Die Bin ist schön. Und nicht nur schön, sondern auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so wirklich gerade bin. Ja, gerade bin ich sowieso nicht. Hänge eh immer schief. So. Mewtwo. Schön, ne? Mal gucken. Habt ihr das Evoli schon bewundert? Sehr gut. Wir gucken nämlich, was wir da so gekauft haben. Und was die Partysons gezogen haben. In welcher Stelle das war, keine Ahnung. Es war in einem Freitagstrieben. Und Freitag ist bei den Kartfahrtys. Das kannst du dir öffnen lassen. Direkt. Du brauchst dir nicht warten. Und selber öffnen. Aber. Etwas, was wir uns nicht leben lassen werden tun, ist. Ja, genau. Wir schauen uns an, was wir gezogen haben. Wir haben zum Beispiel ein Schlacking. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt auf... Äh, wie heißt das jetzt nochmal? Leta King, glaube ich. Ja, Leta King. Ähm. Full Art. Haben wir einmal gezogen. Haben wir auch nicht nur eine Full Art gezogen. Wir haben auch eine zweite Full Art gezogen. Und zwar, das dürfte Melmetal sein. Und ich glaube, das heißt auch in Deutsch Melmetal. Also wir haben auf jeden Fall... Und eine Radiant haben wir auch noch gezogen. Also eine Shiny. Und zwar das Bisa Floor. Radiant, Shiny, in Englisch natürlich. Ich finde es super. Also ich muss sagen, nice. Dann haben wir natürlich ein Garados Holo, ein Snorlax Holo, also. Dann noch mehr Melmetal. Dann ein Tektas. Dann ein Bisa... Äh, ein Turtok. Ein Turtok. Blastos. Dann die Promokarte. Die darf man natürlich nicht vergessen. Die haben wir ja mit der Matte bekommen. Und zwar das Evoli Radiant. Und das ist schön. Weil die hatte ja auch noch... Ich muss sie eigentlich rausholen. Schade drum, dass ich sie jetzt raushol. Aber wir müssen das ein bisschen nachgucken. Weil die hat ja so... Ja, die hat nicht dieses Radiant. Aber sie hat eine Struktur auf dem Evoli. Ich hoffe, das sieht man. Es ist eine Struktur auf dem Evoli. Auf der Karte selber weniger. Auf der Karte ist dieses Holo Pattern mit den... Naja, ich weiß nicht, ob da Struktur drauf ist. Aber zumindest ein bisschen Glitzer-Effekt. Und die Promo ist schon, im Gegensatz zur normalen Radiant... Wir haben die ja noch. Die gucken wir uns gleich nämlich auch nochmal an. Das Bisa Floor. Äh, etwas anders. Oder? Sie ist ein etwas anderes. Die Promo hat ein bisschen... Schaut irgendwie geiler aus als die Radiant selber. Kann das sein? Kann das sein? Mal gucken. Ich muss ja mal schauen. Obwohl, nein, muss nicht sein. Ich glaube, ich habe es gesehen. Das Bisa Floor hat auch die schöne Struktur in Bisa Floor selber. Hintergrund ist eher matt gehalten. Und die Karte glitzert hier auch schön. In diesem Radiant Ball. Man sieht sogar dieses X da. Aber dieses X hat das Evoli nicht. Also, etwas anders ist es schon. Die Promo. Man kann natürlich das japanische Chat auch noch öffnen oder so. Oder öffnen lassen. Interessant ist es auf jeden Fall. Weiß nicht. Ich glaube, äh... Die zwei Karten werdet ihr wahrscheinlich nicht auf Grabmarke finden. Die werden in meinem Obtuch bleiben. Wir haben natürlich Leta King. Moltres. Tektas. Da haben wir noch den... Ich habe keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Kung Keldur. Wie? Zaptas. Haben wir auch noch. Silvia. Noch mehr Zaptas. Und noch ein Venusaur. Oh. Was wir natürlich auch haben. Nein. Das Arctus ist... Das hat einen leichten Abgang gemacht. Aber ist nichts passiert mit ihm. Den unheimschönen Arctus. Da haben wir das Venusaur. Da haben wir noch etwas... Noch ein Turtok. Kennen wir schon. Da haben wir noch die schöne Chlurak-Karte. Ich glaube, das ist sogar die schönste Chlurak-Karte aus dem Set. Es gibt natürlich die... Die Radiant-Karte. Die Shiny Chlurak. Aber... Das Artwork, glaube ich, ist hier... Einiges schöner. Oh. Hier sieht man schön. Hier kommt... Hier kommt schön der Lichteffekt rein. Seht ihr das? Oh. Nice. Nice-o-ta-i-so. Also die... Die Holo-Karte, die von Chlurak... Gönn-Jamin. Da. Die bleibt bei mir leider auch. Was die Holo-Karten hier anbetrifft, weiß ich nicht, ob ich sie hier rein stelle. Weil das ist immer so mühsam mit Holo-Karten. Auf jeden Fall die... Die größeren Premium-Hits. Also das, das, das. Und vielleicht sogar die Mew-to-Promo-Karte. Die könnt ihr ja sicher auf Kartmarken... Und ach, da haben wir noch was. Wir haben eigentlich ziemlich viel gezogen, ne? Wir haben eine Box, also quasi die ETP und einmal die E-Boli-Box. Und ich glaube, die E-Boli-Box, die gönnen. Die ETPs? Vielleicht. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Wir haben... Okay, die Holos werde ich wahrscheinlich auch alle reinstellen. Das sind ziemlich günstige Schnäppchen, wenn ihr es die machen wollt. So, nun denn. Das Video ist zu Ende. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Und vor allem ein bisschen kommentieren, damit hier ein bisschen Aktivität hier wieder herrscht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da haben wir ein Mystery-Paket. Ich weiß nicht, was da drin ist. Also wirklich ein Pokémon-Mystery-Box. Also wirklich von den österreichischen Cellern. Also quasi eh von hier. Also nix von den Card-Buddies. Card-Irgendwas heißt das. Aber ist egal. Kenn ich nicht. Schauen wir uns an. Das ist ein Mystery-Box. Da haben wir noch eine 18er-Display... Ein 18er-Display. Ja, genau. Ein 18er-Display-Drachen-Wandel. Die können wir auch noch öffnen. Und dann haben wir noch eine Box, glaube ich, drin. Ich weiß noch nicht mehr, was. Wir sind uns gespannt. Wir machen ja eh noch ein Opening. Oder ein bisschen gesagt, ein Unboxing. Und dann machen wir noch ein extra Video für Opening. Weil wir brauchen Content. Und wir... Ihr könnt gespannt sein, was noch alles kommt. Und wir könnten sehen, als es ein bisschen sportlich hier wird. Nun denn, bis zum nächsten Mal. Euer Rubelkeiser ist raus. Ich bin Rubelkeiser. Ich krieg's nicht mehr raus. Euer Cheapy Crazy. Tü-tü-tü. Musik